Weniger warten. Das wär toll. Das wär toll. Das wär richtig sexy. Mach schneller, auch wenn du hübsch bist. Danke. Aber hat echt nicht so lange Ladezeiten, das Spiel. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war Klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Und wer sind Sie? Oha. Präzisionsschuss. Alter, du bist so tot, Junge. Und du erst. Und komm, hier, der da hinten. Der da hinten, der kriegt richtig. Komm, 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 komm. Komm da raus. Komm aus deiner Deckung. Komm aus deiner Deckung. Bäm. Okay. Der war zu weit weg für einen präzisen Schuss. Ich will meine Pistole. Mit der bin ich im zielsichersten. Das war mein Shotgun. Aber mit dem hol ich mir jetzt den hier. Oh, daneben. Daneben. Fail. Und tot. Okay. Ich will meine Pistole. Wo ist meine Pistole? So, das ist meine Pistole. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Guter Schuss. Sie haben ihn sauber getroffen. Manchmal hat man Glück. Dr. Michelle, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Und hier nicht mehr, was passiert ist. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Pist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Mhm. Okay. Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Und das Ganze hängt mit Sarin. Äh, jetzt habe ich auch schon Sarin. Mit Sarin zusammen, oder was? Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Sarin. Ah, okay. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Sarin muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Sarin will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Sarin gesagt? Oder die Gate? Ja, die Gäse heißt das übrigens. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Gate zu tun. Das heißt, wir müssen die Quarianerin finden. Den Gate in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Okay. Wir müssen sie finden. Versuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarins Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Okay. Willkommen an Bord, Karus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Okay. Ja, wir haben ihn hinterlegt. Den haben wir vorhin ja gesehen. Brauchen wir nicht. Das kriegen wir selber hin. Gehen wir. Ich will Gareth auf jeden Fall dabei haben. Und... Ähm... Ähm... Was will ich denn? Ich will den... Und... Hä? Die beiden. Ja... 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 Ja, will ich... Ne, ich nur noch die hier. Wieso? Ah, jetzt habe ich verstanden. Die, die nicht blau sind, nehmen wir mit. Okay. Und annehmen. Und annehmen. Okay. Dann... Mal reingehauen. Warte. Okay. Okay, Gareth. Maschinengewehr. Du Maschinengewehr. Ich Pistole. Ja. Gucken wie es läuft, finde ich. Wechseln wir die Waffen. Das heißt, wir müssen... Zurück in den Club. Ähm... Waffe wegstecken? Hallo? Hallo? Wieso machst du nichts mehr? Was soll das los? Was ist passiert? Ähm... Okay. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich weiß nicht was. Aber es stimmt irgendwas nicht. Ich bin sofort wieder da, Leute.